Mit DDS-CAD 16 können Sie SAKL-Systeme jetzt schnell und einfach etagenübergreifend verbinden. Ähnlich wie in DDS-CAD Electro ist es nun möglich, das System vom jeweiligen Etagenanschluss aus in der angrenzenden Etage fortzuführen. Dabei wird der Etagenanschluss so dargestellt, dass er die Dimension des Rohrs oder Kanals einschließlich der Dämmdicke abbildet. Die Flussrichtung, dargestellt durch einen Pfeil, lässt sich über das Eigenschaftenfenster verändern und auf Wunsch deaktivieren. Kopieren Sie das System auf eine andere Ebene, erkennt DDS-CAD die Etagenanschlüsse und verbindet sie automatisch. Etagenanschlüsse zu verbinden war noch nie so komfortabel wie mit DDS-CAD 16. Wenn Sie mehr Videos über DDS-CAD sehen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, um über neue Videos benachrichtigt zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017